wo war es wie wo was passiert bin ich was bin ich wo ist mein gefühl ihr seht jetzt nichts was ist das die krieg einen bambus bin ich fps oder egal und was ist das in hier alles die ärzte wohin das drauf gereicht ist aber wo ist mein gefühl hä was ist los jetzt bin ich gerade aus der welt gefallen weißt du was was passiert ist ich würde sagen ich baue erstmal ein bisschen holz ab und dann können wir weiter schauen da hinten ist holz da ist ganz viel holz das ist ein bambusbillon keine ahnung was das ist ich muss da mal wieder hinschauen aber mal schauen wo ist mein cooli hat Cora was damit zu tun habe ich wo ist eigentlich mein Bruder hey wo ist denn hin das habe ich wieder auch keine ahne so ach ich denke ich habe es vergessen das kann man da noch machen okay ach das kann man als sticks benutzen das kann man als sticks benutzen einmal das bauen das und dann nochmal einmal das ich bin ganz allein in dieser welt ohne und ich weiß Ken von er soll er doch was ist das hier für ein blumen? was ist das für ein wort? schau mal, breakdance? was ist das denn da hinten? so, meine mutter wollte gerade was von meinem vater wissen, das haben die gerade so umgeschrien aber jetzt kann ich wieder, währenddessen habe ich gerade ein bisschen die ganz gefarmt jetzt können wir eben kurz uns dann schon mal eben kurz so eben kurz ein bisschen Stein equipt machen, das ist ja ganz wichtig so, die Spitzhack ist schon drauf gegangen bei den ganzen Sachen also ich kann irgendwas auf den Ofen machen, mit dem Kopf und auch gerade eben kurz mal ein bisschen Holz, aber das habe ich mir wehgetan ein bisschen Häus abbauen, eben kurz mit diesem Baum aber das ist auch, das geht ganz schnell, ne? so, na ne, dann, das, das weiß ich doch, ich bin ja kein Ungefahr mit so so, kann ich schon mal das Holz braten, äh, genau, das Fleisch braten mir ist aufgefallen, da ist was richtig geiles und da will ich hoch das sieht irgendwie richtig geil aus da oben und da will ich, äh, mein erstes Haus aus der Zeit bauen warte nur so viel braucht das kann ich auch gleich mein erstes Haus aus Akazien und Holz bauen währenddessen da schmilzt kann ich eben kurz hier was abbauen dann noch den Baum hier und ich mach einfach aus Eichenholz ich weiß nicht, ich mach schauen, das wird aber nur ein kleines provisorisches weil ich hoffe, ich komme wieder nach Minecraft Moody und dann finde ich auch hoffentlich wieder meinen Bruder da das wäre das Beste, was mir basteln kann äh, mach ich, mach schon mal das Bett habe ich auch gerade gehaftet weil ich hab schon ein paar Schafe getötet Entschuldigen, wegen jetzt den Veganern so, jetzt komm jetzt braten wir noch das letzte Stück danke dann geh ich mal nach da oben mal schauen das sieht echt geil aus da oben da würde ich irgendwie da könnte ich irgendwie so ein Glasfand bauen ach komm ich rede nicht so lange um den heißen Brei ich mach da oben erstmal nix weil vielleicht komm ich ja bald wieder nach Minecraft Moody und ich werde ja auch nix von Landschaft so richtig zerstören versuche hier landschaft getreu zu arbeiten wie möglich das passt grad in Deutsch ich tu nicht wissen so jetzt baue ich mich mit dem Clay hier hoch baue ich den Stein hier ab was ist das für Stein? und du irgendwas aber egal ich mach mich dann weiter mit dem Stein hoch vielleicht bin ich auch schon oben okay ich bin oben zwei, drei okay okay was erwartet uns hier oben okay das sind Bäume okay es ist eher eine lokale gehen ich hab jetzt gedacht hier wäre jetzt irgendwie was krass Marvel? bist du es? bei Marvel? oh hallo bist du auch schon da? ähm ja was ist passiert? und wo sind meine Items? du kannst dich doch wohl noch an den Deep Cora erinnern ich wusste es hat mit Cora was zu tun ja was ist mit dem er hat meine Portalkugel geklaut und die Dimension Moody gelöscht gelöscht und diese Dimension erschaffen aber können wir Moody irgendwie wiederholen? weil das wäre voll kacke nein leider nicht leider nicht nein aber du kannst mich und die schöne Dimension retten retten? ach diese Dimension retten nämlich auch okay das werde ich machen Marvel rechen ach rechen meint sie die glaube ich die andere schon mit Dimension Moody ja vielen Dank wo ist eigentlich diese andere wie hieß sie nochmal? ach ja jetzt weiß ich wo es Zahnu heißt ja keine Ahnung aber danke nochmal dafür dass du mir diese Tipps gegeben hast dass Cora das ist aber ich habe gerade eine Quest bekommen Dimensionskugel finde Cora töte ihn mit der Kugel ab und bringe sie Marvel okay das hört sich gut an ich hoffe ich komme dann irgendwie vielleicht kann es ja Marvel nochmal schaffen dass ich da reinkomme aber ich würde es als erstes sagen das war es mit der Folge von Minecraft Moody nein das war es mit der Folge Minecraft Moody ich bin halt noch so aber wenn es euch gefallen hat dann lasst diesen Skelett mal einen Daumen hoch da und Marvel ein Abo da damit würde ich sagen tschau wieso habe ich so Mut also haben wir wieder dann tschau Lori mit an 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 Bis zum nächsten Mal.